Aufzugeben liegt den Marktteilnehmern aktuell offensichtlich gar nicht, denn sie versuchen es immer wieder. Ach komm, lass uns doch mal versuchen, nach oben durchzustarten. Jetzt gilt es dann endlich. Gucken wir uns den DAX an. Das war die Bewegung, die wir jüngst nochmal angesprochen hatten mit den vielen Gegenbewegungen, wo wir schon gesagt hatten, so sieht das nicht aus, wenn das toll ist. Wenn es ganz wackelig runterkommt, dann von mir aus die Longseite nochmal überlegen. Aber erzähle ich euch nichts Neues. Es ist ja dann doch sehr, sehr zügig nach unten gekommen. Hier sehr heftige Abwärtsbewegungen, die wir da gesehen haben an den Märkten und damit jedweder bullischer Spaß erst mal verdorben. Dann kann man sagen, naja, aber guck mal hier, wir hatten noch heute 25.08. um 9 Uhr. Das war der Startschuss. Seitdem sind wir so schön nach oben gelaufen. Komm, lass uns doch nochmal versuchen. Aber es geht schon wieder nach unten, noch stärker in Amerika, aber ihr seht die Abwärtsbewegung. Man könnte schon den Verdacht gehabt haben, hätte man da schon reingekonnt, ist das hier vielleicht sowas wie eine A, B, C? Ja, durchaus mit möglichen Trigger hier an der Stelle. Aber ihr dürft nicht vergessen, die Abwärtsbewegung soll korrektiv sein, soll ja Pausenmodus haben, wenn es ein Long werden soll. Und dann ist immer verdächtig, wenn der Anstieg mehr oder weniger in diesem Winkel erfolgt, aber die Pause so hektisch gemacht wird. Also viel schneller als die Aufwärtsbewegung. Das ist kein so gutes Zeichen. Tatsächlich, der Kurs weiterhin am Fallen. Es sieht sehr danach aus. Also ob alle Versuche, die hier auf der Longseite in irgendeiner Form unternommen werden. Ja, nice try. Schön, dass ihr mit dabei wart. Aber komm, lass mal stecken. Das wird nichts. So den Eindruck hat man. Also es spricht wohl doch relativ viel dafür, dass wir 15.400, also zumindest mal das Tief, was wir hier vor einigen Tagen hatten, 18. August war es, dass wir das nochmal nach unten rausnehmen. Da würde ich mich nicht wundern, wenn das tatsächlich passiert. Zumindest mal so richtig Stärke ist nicht zu sehen, wenn mal wieder Avancen nach oben gemacht werden. Über die Überschneidung hier wollen wir nochmal gar nicht genau reden. Aber wenn schon hier ein Versuch nach oben gemacht wird, dann ist die Abwärtsseite dann doch relativ steil und zeigt eben, ach nee Leute, nee, nicht wirklich, oder? Also Bullish sieht noch anders aus. Die Marktteilnehmer, sie haben noch nicht aufgegeben. Sie versuchen es immer wieder mal, aber sie werden immer wieder von der Realität bzw. von den Bären, den Verkäufern, eingeholt, die dann sagen, macht ihr mal, wir drücken den Preis dann wieder nach unten. Also Motivation sieht anders aus. Aus meiner Sicht keine Long-Motivation. Aktuell zumindest mal beim DAX. Das sieht beim Dow Jones vermutlich nicht groß anders aus. Im Gegenteil, beim Dow Jones ist es noch klarer, das Bild. Wenn ihr hier mal im 5-Minuten-Chart guckt, hier die Abwärtsbewegung, ich mache es mal ein bisschen größer und gebe euch ein paar Orientierungspunkte, damit ihr ungefähr wisst, wo wir sind. Dieses Hoch hier, das war am 24. August nachmittags. Da seht ihr nochmal, auch hier sieht man das, starke Abwärtsbewegung und korrektive Aufwärtsbewegung. Wobei da fehlt jetzt ein Teil, das hilft noch nicht so richtig. Aber auf jeden Fall korrektiv nach oben. Also so sieht korrektiv aus. Und dann hatten wir hier von dem genannten 24. August Nachmittag, also gestern, eine starke Abwärtsbewegung. Ich glaube, da muss man nicht kämpfen drum. Ist das jetzt abwärts? Ja, ist es stark? Ja, wohl ziemlich, oder? Und jetzt vergleichen wir das mal mit dieser Bewegung. Macht selber eine Einschätzung. Da muss man nicht groß studiert für haben. Wenn ich diese beiden Bewegungen vergleichen soll, habe ich eine Idee, wo mehr Power dahinter steckt. Das ist eben eine normale korrektive Bewegung, die wir hier haben. Die Marktteilnehmer haben dann gesucht, ja komm, Start war doof, wir versuchen es trotzdem mal. Ja, und dann kamen eben die Bären wieder, die gesagt haben, ach komm, jetzt waren wir gerade zum Mittag. Jetzt heute Nachmittag machen wir mal wieder klar. Es gab natürlich auch Daten, da können wir auch nochmal kurz drauf gucken. Wir hatten heute ein bisschen Informationen aus Amerika, nicht so uninteressante. Bevor wir auf Powell zu sprechen kommen, zumindest mal Michigan, Universität Michigan, die hatte ihre Daten heute Nachmittag rausgegeben. Das Sentiment ist deutlich schlechter als erwartet und zuvor 69,5 erwartet waren 71,2. Also es bleibt dabei, die Daten sind und bleiben einfach doof. Ja, man kann also nicht sagen, dass die da irgendwie Bock drauf haben. Man hat nicht den Eindruck, dass da Schwung da ist, dass irgendwas Motivierendes da rauskommen kann. Im Gegenteil, alle Daten sind negativ oder zumindest mal deuten darauf hin, dass der Markt in eine Schwächephase geht. Das muss man ganz klar sagen. Wenn ihr euch jetzt erinnert, aber du hast doch so bullisch gesprochen. Ja, ich bin Charttechniker. Mich interessieren die Daten eigentlich nicht, denn die Daten sind nicht jetzt doof. Die waren auch schon die ganze Zeit vorher doof. Mich interessieren die Daten deshalb nicht, weil solange die Leute kaufen, dann kaufe ich lieber mit denen. Erst wenn der Markt kippt, dann wird es natürlich dann doof und dann sollte man natürlich nicht dann sagen, ah, komm, die kommen wieder. Ja, das ist ganz klar. Im Moment ist es so, dass schlechte Daten und die Charttechnik nach unten zeigt. Beim DAO insbesondere, ich hatte ja vor ein paar Tagen einen intensiveren Beitrag dazu gegeben, warum da die Marken oder dass die Marken gestoßen sind und warum das dazu führen dürfte, dass wir da eine Menge Platz nach unten nochmal haben. So, aktuell haben wir noch den Paul am Reden, also Fettchef Paul. Wir gucken mal, was da raus ist. Die Nachrichten dazu habe ich noch nicht gehört. Aber ich muss, ich persönlich muss die Nachrichten gar nicht mehr angucken, was er exakt gesagt hat. Zumindest mal als Charttechniker nicht. Werde ich natürlich nachher trotzdem noch tun, weil es einfach interessant ist. Aber ich sehe, wie die anderen die auffassen. Die anderen gucken sich die Informationen an um 16 Uhr und haben gesagt, ach, nee, lass mal. So, was er jetzt wortwörtlich gesagt hat oder wie die Indikatoren jetzt wortwörtlich da ausgefallen sind, spielt dabei gar nicht mal die ganz große Rolle. Aber ich will euch nicht abhalten, Namen, Zahlen zu lesen und die Rede sich genau anzugucken. Das ist überhaupt kein Thema. Ich sehe aber, was die Marktteilnehmer daraus gemacht haben. Und sie waren vorher schon kritisch, sonst hätten sie hier anders reagiert. Wir haben das ja schon mal anders gesehen. Und sie haben überhaupt kein Interesse, nach oben wirklich Schub aufzubauen gehabt. Im Gegenteil, sie haben dann irgendwann irgendwelche Zwischentiefs hier durchstoßen und damit dann gesagt, ja, komm, dann lass uns noch mal runtergehen. Und wenn das nicht die erste Welle ist, das war es in dem Fall nicht, dann haben wir zumindest mal, dass wir diese Zone erreichen. Also das sind immer so Trades, die man im Kleinen nochmal machen kann. Also ich zeichne es nochmal in, wenn das die erste ist, also stellt euch vor, der Kurs hat vorher so eine Bewegung gemacht. Das ist die erste Abwärtsbewegung. Ihr kriegt eine Korrektur nach oben. Dann kann man davon ausgehen, statistisch gesehen sehr relevant, dass der vordere Teil da hinten nochmal passiert. Das kann viel länger gehen, muss aber nicht unbedingt, aber das ist nicht untypisch. Der andere Fall ist, wenn wir schon die ganze Zeit irgendwie so nach unten laufen und das nicht die erste Korrektur ist, dann ist es zumindest so, dass wir nochmal tiefer gehen als das. Man kann dann nicht zwingen, wenn man das nicht zuordnen kann, Wellen theoretisch, welche wohin gehört, dann kann man nicht statistisch sinnvoll abschätzen. Also wenn man es nicht, wie gesagt, einordnen kann, wie tief es geht, aber klassischerweise, wenn es dann so geht, zumindest nochmal tiefer als dieser letzte Punkt. Das ist die Situation, die wir aktuell haben und das ist der Punkt. Wer jetzt sagt, naja gut, da sind wir jetzt, da kann ich ja gar nichts mehr machen. Naja, so würde ich das gar nicht sehen, denn die letzte Bewegung war eine scharfe nach unten, sobald es wieder wackelig nach oben geht. Na, 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 klar, also nochmal tiefer. Aber das ist durchaus realistisch, dass wir dann eben nochmal wieder weiter nach unten gehen. Also die Chance für weiter abwärts ist einfach gegeben und da erzähle ich euch nichts Neues, das erzähle ich euch seit mehreren Tagen, dass der Eindruck durchaus entstehen kann, dass wir irgendwie diese Abwärtsbewegung, die wir hier haben, den Eindruck macht, als ob wir hier so einen ersten Schub nach unten haben. Das lässt zumindest mal hoffen, dass wir bald mal eine Gegenbewegung zu erwarten haben. Noch sehe ich sie nicht, aber damit rechne ich, dass die bald kommt. Das könnte durchaus auch sein im Rahmen von 33.900 ungefähr oder 850 ist besser. Das sind die Tiefs so 26. Juni, 10. Juli, also diese Tiefs hier. Das wäre jetzt mal so ein angedachtes Ziel für die Abwärtsseite und dass wir da auf eine Unterstützung kommen. Vorsichtig, solche Unterstützungsmarken sind nicht zwingend Wendepunkte. Aber die sind Orientierung und wenn man gar nichts weiß, dann sagen die anderen Marktteilnehmer natürlich auch. Was soll ich denn machen? Wo sollen wir denn drehen? Na, da hätten wir wenigstens Unterstützung. Komm, nehmen wir mal Gewinne mit. Also, best guess, wir können auch nochmal Fibonacci vom tiefsten Punkt hier zeichnen. Zumindest mal dieser letzten Bewegung. Das schaffe ich aber nicht. Da muss ich auch den tiefsten Punkt treffen. Ja, bis zum Höchsten. Und dann sehen wir, dass da war nichts. Okay, da hätte er vielleicht schon drehen können, hätte jetzt Wellen theoretisch nicht so gut gepasst, aber denkbar wäre es. Hier bei 50 haben wir, da ist aber auch sonst nicht großartig was anderes. Ein bisschen war hier das Ding, aber die Marktteilnehmer nutzen es nicht. Sie haben ein bisschen eine Aufwärtsbewegung, aber das haben wir eben schon angeguckt, dass die eben korrektiv aussah. Also gar keine Frage, dass das nicht das Ding ist. Die nächste Unterstützung ist diese hier. Und deshalb habe ich so ein wenig den Verdacht, dass wir irgendwo in diesem Bereich hier drehen. Ich zeige euch nochmal eine andere Methode, um ungefähr das abzuschätzen. Wenn meine Idee erste Welle, Korrektur, dritte Welle, dritte Welle, also wieder Korrektur und fünfte Welle passt, das weiß ich nicht, ob das hier so der Fall ist, aber wenn man das so in etwa mal grob messen will, dann kann man in etwa die erste Welle mal messen, einfach, dass man mal so eine Idee hat, bis da oder bis da, da können wir uns jetzt drüber streiten, welche dieser beiden. Und dann legen wir die auf die vierte an. Okay, dann müssten wir eigentlich schon früher fertig sein oder später. Oder eben die erste bis zur vierten einschließlich. Ist jetzt egal, welches Tief, das ist kaum ein Unterschied. Und dann sehen wir, das wäre eigentlich wunderschön, wenn diese Linien clustern. Jetzt seht ihr, das klappt ja gar nicht. Siehst du mal, Rüdiger, was für ein Mist, funktioniert nicht. Naja, das kann man jetzt so sehen, was für ein Shit, das funktioniert ja gar nicht. Das Gute ist aber, okay, wir haben kein Cluster. Das heißt, wir haben nicht aus diesen Symmetrien, die sich hier typischerweise sehr, sehr gerne ergeben, haben wir nicht eine starke Unterstützungsmarke irgendwo, weil wir alles Einzelmarken haben. Also weiß ich, darauf kann ich mich nicht verlassen, eine einzelne Marke, was soll ich denn mit der anfangen? Das heißt, wir haben nicht, also wir haben die einzige Unterstützung aktuell so ungefähr in diesem Bereich jetzt. Das ist in etwa 33.850, das geht so ein bisschen von mir aus 70 los bis, machen wir mal hier so ein bisschen so eine Kiste, kein Kringel, bis vielleicht 770. Irgendwie so da in dem Bereich wäre jetzt mal, my best guess, ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Wo soll ich als nächstes drauf gucken? Ich kann natürlich immer gucken, aber spätestens, wenn er da ist, sollte ich mal gucken, trauen sich die Marktteilnehmer für einen Abpraller oder gehen sie auch hier durch, wenn sie da auch durchgehen, dann wird das ja noch doofer, das Bild, weil es zeigt, ja guck mal, da hätten wir eine Unterstützung, interessiert aber keine so. Also insofern helfen diese Linien nicht zwingend, da gehe ich jetzt blindlings mal long, aber sie helfen, um zu zeigen, okay, an der Stelle lohnt es sich, drauf zu gucken. Deshalb mein Tipp, setzt euch ein bisschen vorher einen Alarm und wenn der Kurs sich quasi da annähert, dann guckt ihr mal, wie reagiert er da. Pallt er hier ab, sucht er hier den Dreh, kriegen wir hier im Kleinen vielleicht irgendwie sowas, kriegen wir hier vielleicht eine Wendekerze, die dafür spricht, dass der Markt umdreht. Das sind alles so Indizien, die man da im Hinterkopf haben kann. Aktuell muss ich ganz ehrlich sagen, ich sehe nichts, was gegenwärtig für die Longseite spricht, im Gegenteil. Und meine Suche wäre jetzt, dass wir früher oder später wackelige Aufwärtsbewegungen für weitere Shorts eben nochmal nutzen können. Behaltet das mal ein wenig im Hinterkopf. So, jetzt haben wir lange über den Dow gesprochen, weil der eben sehr auffällig für die Abwärtsseite spricht, aber ich erzähle euch nichts ganz Neues, was den S&P 500 angeht, denn der war ja auch schon sehr, sehr kritisch, hat mit einer scharfen Abwärtsbewegung geantwortet. Gucken wir uns das Ding mal hier genauer an. Entscheidet ihr mal, für wie schön ihr das als eine starke Aufwärtsbewegung gehalten habt. Das ist doch keine schöne Aufwärtsbewegung. Ihr seht doch mit den tausend Überschneidungen hier, das sieht doch nicht aus wie, du, wir haben total Bock. Und dann kam eben die Nachricht, die Nachricht war jetzt nicht so schön, so, schon keinen Bock gezeigt, dann noch eine schlechte Nachricht. Da muss man sich nicht wundern, dass der Kurs stark runter geht. Also insofern, für die, die Nachrichten gerne mit reinnehmen in ihre Überlegung, benutzt den Chart zumindest mal so für ein Richtungsbilder, was die Marktteilnehmer wollen, oder benutzt es eben als Triggermarke, Hochmarke, Hochmarke, tief dazwischen, um irgendwie zu sagen, bevor ich gar keinen Einstieg finde, versuche ich es mal auf diese Art und Weise. Nur so eine Idee, das müsst ihr natürlich nicht so machen, aber das ist etwas, was wir ganz gerne tun. Also nach wie vor keine wirkliche Stärke nach oben, muss ich sagen, ich bin hier noch nicht so wirklich von überzeugt, was der Markt mir hier bietet. Was man im Hinterkopf vielleicht mal behalten kann, was die Abwärtsseite angeht, ist so, ist das so halbwegs hier ein Fünfweller runter, es ist nicht sauber, muss ich ganz klar sagen. Die Größe des Rücksetzers, komm, das machen wir nochmal richtig, ich mache es mal groß, dann kann ich besser zeichnen und ihr besser gucken, vom höchsten bis zum tiefsten Punkt. Wir haben eben schon gesagt, dass diese Bewegung ja doch korrektiv ist und wir sehen, sie ist da, wo eine Korrektur gerne reingehen soll. Das heißt, diese Korrektur wäre eigentlich groß genug, was bedeuten würde, wir sollten uns nicht wundern, wenn die Bewegung, die wir vorne hatten, von diesem Hochpunkt ungefähr 1 zu 1, das habe ich vorhin gesagt, wenn das die erste Abwärtsbewegung ist, jawohl, war die erste, der kam von unten, dass der Kurs dann ungefähr bis hierhin geht und wer sich nicht orientieren kann, 4.200 wäre das in etwa. Jetzt gucken wir nochmal, diese grüne Marke ist 4.265, das darf ein bisschen mehr sein, es geht nur darum, dass die größenmäßig ähnlich unterwegs sind. Also ich habe den Verdacht, dass wir tatsächlich 4.300, 4.200, irgendwo diese Zone, diesen Bereich tatsächlich nochmal spielen werden. Wo ich noch nicht so sicher bin, ist, ob das direkt ist oder ob, weil die sehr kurz ist von der Zeit her, das habe ich immer gerne ein bisschen ausgedehnter, oder ob er sagt, einmal gehen wir noch hoch und danach runter, Das kann ich mir noch vorstellen. Deshalb Tipp, kriegen wir wieder eine starke Aufwärtsbewegung und eine wackelige Abwärtsbewegung, dann geht es nochmal in die Kiste da oben rein, vielleicht auch noch bis 4.550, irgendwie was. Solange der Kurs jetzt auf der Aufwärtsseite doch nur wieder korrektiv ist, weiter die Abwärtsseite, für uns zumindest mal, mit Zielrichtung, wie wir es hier eben genannt haben. Also achtet darauf, was die nächsten Bewegungen sind, sind die Korrektiv, ich erzähle das ja immer wieder, wie Korrektiv aussieht, da erzähle ich euch jetzt nichts Neues, aber ist das Korrektiv hier hoch, weiter die Abwärtsseite, spricht sehr viel dafür, dass wir diese Abwärtsseite noch weiterfahren. Und dann gucken wir auf den Nasdaq, beim Nasdaq ist das Bild grundsätzlich ähnlich, da haben wir allerdings noch vermutet, wenn einer noch gut aussieht, dann ist es der Nasdaq, da hatten wir zumindest noch diese Variante uns offen gehalten, als ein bullisches Bild. So ganz sauber sah das auch nicht aus, hier mit den internen Geschichten. Am Ende müsste man es auch dreiwellig auffassen. Ich muss sagen, das konnte ich hier nicht sehen, das ist mir zu unübersichtlich, ob es das eine oder das andere ist. Deshalb war das für mich kein Short-Kandidat. Ich hätte hier sogar gekauft, wenn er Korrektiv runtergegangen ist. Korrektiv runtergehen und so ist definitiv nicht verwechslungsfähig. Also man hatte zwar, ich hatte, ich weiß nicht, ob ihr das auch so hattet, aber wir hatten eine Long-Idee, aber wir wären nie im Leben draufgekommen, bei dieser Bewegung irgendwie eine Long-Position zu eröffnen. Weil eben nicht Korrektiv. Im Gegenteil, die ist ja sogar noch steiler als die Aufwärtsbewegung. Und ich habe es eingangs beim DAX erwähnt, ihr solltet immer sagen, es ist verdächtig, wenn das die starke Richtung ist und die vermeintliche Korrektur sogar noch steiler verläuft. Wie jetzt. Was ist jetzt die Dynamik? Naja, abwärts offensichtlich. Also es bleibt dabei, vorläufig ist es die Abwärtsseite. Wir müssen damit rechnen, dass es noch tiefer geht. Das betrifft auch den Nasdaq. Ich hatte mir den NVIDIA-Chart mal angeguckt, der ist ja im Moment in aller Munde. Und der gefällt mir super, die haben ganz tolle Leistungen vollbracht. Aber, das ist jetzt nichts für das Index-Update am Nachmittag. Vielleicht machen wir dazu nochmal gesondert irgendwie was. Aber wenn ihr euch das anguckt, der NVIDIA-Chart, dieser riesige, der gigantische Anstieg, sieht ein bisschen aus wie ein Fünffäller. Wobei die hinterste Aufwärtsbewegung intern ein Fünffäller ist, die fünfte der fünften. Und es ist durchaus realistisch, dass diese jetzt fertig ist und auch NVIDIA jetzt eine Pause macht mit der Aufwärtsbewegung. Da kann man noch so begeistert sein und sagen, Mensch, hier, klasse Chart und alles super. Keine Frage. Aber jeder braucht mal eine Pause. Auch NVIDIA, das ist auch nicht schlimm. Die können ja nachher weitersteigen. Das muss ja nicht das Ende des Bullenmarktes generell sein. Aber vorläufig eben nicht. Und das passt in alle Szenarien, die wir hier bei den Indizes eben sehen. Und deshalb denke ich mal, vorläufig ist das bullische Bild nicht en vogue. Achtet drauf, kriegen wir Schübe nach oben und Korrekturen nach unten. Ja, dann vielleicht doch mal die Longseite fahren. Aber die haben wir im Moment nicht. Deshalb bleibt es vorläufig beim Short. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Ein wunderbares Wochenende. Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.